Allerdings die Gastgeber auch weiterhin spielbestimmt. Potsda, Dennis Potsda. Was ist das denn? Na auf jeden Fall das 1 zu 0, 61. Minute. Ein großartiges Tor. Der Einwurf von Baumgärtel und Potsda, der tenzelt sich in Schutzposition. Weil er nicht richtig attackeert wird. Für Keeper Zimmermann ist nichts zu halten. Und das ist definitiv ein Anwärter auf das Tor des Monats. Einfach klasse. Und die Führung ist natürlich hochverdient. Und sie ist so befreit. Nicht mehr uithalen kommt der Mann bei Posder. Posder, kijkt er even rund. Wann muss die Ball naartoe? Wat Trukjes. Buitenkamp voet. Das Schijnhavartje. Und ein doelpunkt. Der Wörter Loeke wird verrast. Der Wörter schijnbeweging von Arda Havar. Und das Schotchen von Dennis Posder. Der wird langsamer über die line. Aber da hat er helemaal niemand um. 1, 2. Wie hat er... Und das Schotchen von Arda Havar. Gut, dann in der 90ste minuut. Gaat er dann doch noch gebeuren. Posder. Und es ist 0, 1. Gaat FC Den Bosch dann doch noch die overwinning stelen in Waalwijk? Und Posder laat noch mal als even an seine trainer zien. Dat er nummer 9 hoort te scoren. Und er hat das in diesem Fall auch getan. Wat ist die blij. Wat ist die blij, Genevonek. Und der Buit lijkt binnen. Naja, die reine kaart nehmen wir even auf den Koop toe. Und das Schotchen von Arda Havar. Und das Schotchen von Arda Havar. Dennis Posder. Wederom succesvol. Auch bei Dordrecht. Dezorgen der Heiden. Der蒙 der Överwinne. Und hier ein schitternder Doelpunkt. in de ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, was eine schöne Bewegung. Und auf der anderen Seite, links. Tjoh, was ein Doelpunkt von Dennis Posdair. Ein zweites Posdair in der Wettbewegung. Tjoh, wenn es das nicht ein Doelpunkt ist, was es mehr geht um die Prizen bei der Jubilatik von Doelpunkt des Jahres? Dann weiß ich es auch nicht mehr. ... in de voeten en die bal die komt bij Zelderut, die neemt hem in één keer naar Posdair, Posdair, een stiff, daar is hij weer, de cheap-kunig van FC Dembels, de cheap nummer 04 van dit seizoen. Wat doet hij dat toch prachtig, 9,9 op de schaal van 10 zou je kunnen zeggen, ja, en ze praten er... ... en heeft de Mos nog steeds een mogelijkheid. Hier een doorkoopbal, komt de bal terecht uiteindelijk bij Posdair, die lanceert daar hetzelfde rust. Die schiet en in de, met zijn linkerbeen in de rechter benedenhoek, betekent... Speelt hem in, in één keer, met de man in, komt de Posdair, bij de Belgen, daar komt hij, Biemans, 1-1 in de 87ste minuut. ... Er ist ja auch an der Oefen ist und das muss noch einmal sein Vruchten auswerfen. Schlimme Passi von Havar. Und der Cheap König, das war sie beina. Nummer 6. Dann der Hoekschop. Kann das etwas opleveren? Indraaien. Wird eingekopt. Auf der Paal von Posner. Jonas Heimers auch auf der Paal. Er ist ja auch an der Paal von Havar. Er ist ja auch an der Paal von Havar. Er ist ja auch ein Pädel. Die geht durch. Was ein schön lop. Die ball geht hoch. Hier wird dann hier de verlossene 1-0 kommen. Er wird eingekopt. Via de klus wird die aus. Er ist ja auch an. Havar trekt die ball in. Komm, Havar. Das ist ja auch an der Paal von Havar. Das ist ja auch an der Paal von Posner. Die geht in die Dach von der Doel. Da muss ich auch ein bisschen glücklich sein.